Moin zum kulturellen Adventskalender des Kulturkreises Jürnö. Schöne Aktion. Ich spiele euch heute ein Lied über eine Sturmflut, passend zur Weihnachtszeit über die Weihnachtssturmflut 1717, die vom 24. auf den 25. Dezember 1717 über diese Küste hereinbrach und eine der schwersten Katastrophen, die Ostfriesland je erlebt hat, verursacht hat. Wir sind jetzt ja auch in einer denkwürdigen Zeit. Halleluja. Musik Musik Halleluja. Halleluja. Musik Musik Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. So liebe Leute, guckt morgen wieder rein, dann kommt das nächste Türchen, das kulturelle. Ein kultureller Adventskalender von Kulturkreis Jümmer. Ich wünsche euch eine frohe Adventszeit. Bleibt gesunder, haut ihr munter und haut ihr nicht ohne Kriegen.